Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir befinden uns in der Tides of War und müssen noch ein paar Punkte mit der MP machen. Ich habe ganz viele MP-Aufgaben, ich check das alles gar nicht mehr. Hier MP40, Befähigung, MP40 Meisterschaft. Das wäre wieder ein weiteres goldenes Teil, denn ich habe gestern tatsächlich, ohne das zu merken, die goldene Visierung für die MP40 freigeschaltet. Ich müsste sie auch equipped haben. Ich habe es drauf gedrückt gerade. Werden wir ja gleich sehen. Gut, und die Runde, die läuft noch frisch, das ist herrlich und können direkt einfach mal reinjumpen, ne? Bring mal auf E. Gut. Da ist ja die goldene Visierung. Geil, geil, geil. Wird immer golden an meinem Ding. Okay, dann wollen wir uns jetzt konzentrieren. Erstmal direkt eine Mine legen, wie immer. So, einfach nur Punkte. Ich habe keine scheiß Visierung. Nimm dies. Sie sind unter der Brücke, wette ich mit euch. Okay. Also jetzt haben wir eine offene Visierung durch dieses goldene, sehe ich gerade, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir werden trotzdem genauso oft sterben, wie vorher. Ich versuche ein bisschen ruhig zu bleiben, mich nicht ganz so doll aufzuregen. Jetzt verzieht man doch auch ganz schön mit, ey. So, jetzt ist wieder einer drin. Hinten dürfte eigentlich keiner kommen, ne? Boah, was war das zum Geier, Alter? Ich habe es überlebt. Bestimmt der Flieger, ne? Okay, die sind weg. Okay, äh, was soll ich machen? Irgendwelche Befehle, Feldwebe. Danke. Ich würde sagen, B angreifen, ne? Feldwebe. Nein, du laufst ja so offen. Wir verlieren in dieser Schlacht an Boden. Übernehm die feindlichen Ziele. Da kommt mir einer entgegen, ich weiß es jetzt schon. Da. Boah, war das schlecht daneben geschaffen, Alter. Boah, manchmal habe ich die Maus so schief in der Hand, ey. Und dann kannst du nicht... Boah, das ist so doof. Meine eigene Schuld, logisch. Und die ganze Salve neben den Typen geballert. Okay. Schöne Geschütze. Oh, guck mal, wir nehmen einen. Das ist ein Squadleader, den ich weiß, dass das Squadleader ist. Habe ich das Gefühl. Gut gekämpft. Ziel Anton eroberst. Gut gekämpft. Ziel eingenommen. Er ist selten. Ich. Ziel Dora gehört uns. Wir haben das Ziel. Wir haben Ziel Emil verloren. Ziel Emil ist verloren. Ich werde nach Emil marschieren. Irgendwelche Befehle, Feldwebe. Ich mach mal ein bisschen Druck. Da muss ja einer geben. Er ist mir ziemlich schnell gestorben. Na, da kämpft einer, Alter. Wie kann man da bloß campen, ey? Ah, ne, ist ein Panzer. Ich hab nichts gesagt. So mitten im Nichts, ja? Okidoki. Trip Spawn. Kann ja nichts geben. Versuch ich ihn mal wieder. Wir verlieren Ziel Dora. Panzerstand, verteidigt das Ziel. Irgendwann werden wir die goldene MP40 haben. Das wird so episch. Na toll. Ein Panzer. Joa, fährt er weg. Alles gut. Sieht so ruhig hier aus, dass man ja fast sogar Entspannung verstört. Wir wissen ganz genau, wo man sich hier hin verpendeln kann, ne? Also, wir sind mehrere scheinbar hier drin. Ah, er befehlt. Er hat das befohlen. Sehr gut, dann bin ich kein Squad Leader. Hallo. Eigentlich wollte ich eine gute Feuersturm machen, aber das machen wir auf jeden Fall noch. Was ist denn? Oh. Und jetzt war wieder einer von hinten gekommen. Also, du gewinnst dieses lächerliche Duell. Wo ich mich sowieso schon dämig anstelle. Und dann kommt immer noch einer von hinten und tötet dich dann noch. Das ist immer so enttäuschend, ne? Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, es gibt einfach zu viele Sniper. Das ist auf jeden Fall wahr. Das hätten sie begrenzen sollen, ne? Auf eine gewisse Anzahl von Snipern. Aber hier dürfen ja verdammt nochmal unendlich viele einfach drauf sein. Bitte. Einfach mal werfen. Der will nix. Okay, wo sollen wir jetzt hin? E. E sind wir immer noch am einnehmen. Haben wir eingenommen. Dann können wir nach D. Da lief auf jeden Fall einer. Naja. Gehen wir mal nach D. Lass uns mal abmurksen. Auf jeden Fall genug drin, ne? Alle Laufen zur Munitionskiste. In irgendeiner Richtung muss ich decken und mach das erstmal in der hier. Es sind noch welche da. Da. Ja, das ist ein Stückesau. Ich finde das sehr spitz, das Kimmer und Korn. Ist das wirklich so spitz gewesen an dem Ding? So. Außerdem habe ich was vor. Ups, falsch. Ich würde gerne einen Squad machen. Und zwar möchte ich dazu zwei, drei Folgen aufnehmen. Aber ich möchte auch mit jedem gerne spielen, der mitmachen möchte. Also, ähm, würde ich sagen, dass ihr über 13-spiel-at-web.de, also das ist meine E-Mail-Adresse, ähm, so eine Art Bewerbung schreiben könnt. Wer Bock hat. Und dann haben wir einen Vier-Mann-Squad. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt hier spielen dürfen. Ähm, eine Art Bewerbung. Ich finde das ein bisschen albern. Aber das wäre ganz cool. Wenn du Bock hast, mit mir mal eine Runde, so drei, vier Runden am Stück aufzunehmen, dann machen wir das. Du kannst auch YouTuber sein. Ist kein Problem. So, gut, jetzt muss ich, muss ich irgendwo anders hin. Ja, Sani, mach das schon. Boah, Alter. Sag, das ist ein Panzer. Eine Mine. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Einfach mal reingucken. Das ist schon eine geile Obd. Auf die Brücke direkt, ey. Wie irre ist das denn? Aber ist irgendwo ein Panzer hinter mir, ne? Ja. Direkt in der falschen Richtung, ja? Danke, das. Mein Fehler hier. Fuck. Ich laufe... Ja, wenn man dreht sich in irgendeine Richtung, man weiß nicht, wo man hinrennt. Und ich renne direkt vor dem Panzer. Wie dumm. Gute Arbeit. Ziel Friedrich ist jetzt in unserer Hand. Habe ich ihn jetzt gekriegt oder nicht? Ich schnall's manchmal nicht, ehrlich. So, EW Emil. Bleibt mir noch kein Panzer. Ich will allem ab. Alter. Bisher war der Nimm jetzt auch mal gleich den Aufklärer hier. Das ist ja... Wir haben Ziel Emil verloren, Soldaten. Können wir mal richtig blamieren mit dem Scharfschütze. So. Schöne Position. Ich bin im Gras. Und sehe nur Gras. Relativ schön in Position, ne? Erst mal abchecken. Wenn diese ganzen verfluchten Bäume nicht wären, ne? Das da! Dort müsst ihr vorsichtig sein! So, hier haben wir einen schönen Blick auf die Brücke. Zu hoch. Ja, Justierung, ne? 150 Meter ist... Das E-Ding ist wie weit weg? Passt ja fast, ne? Haben wir einen Schlachtplan, Feldwebel? Ich will den Feldwebel auf den Sack gehen. Schön, dass... Er reagiert auch so richtig. So, zeig mal euer Köpfchen. Eure Köpfchen. Das ist ja keine Geburt. Ich wollte schon sagen, Alter. Der hat mich auch nie auf dem Schirm gehabt. Das war so ein Dretter an Spiele. Boah. Man, da bleibt der Sekunde stehen. Nicer Treffer. Na. Bleibst einfach so hocken hier. Wollen wir uns das viel? Ich bin aber echt schlecht, was den Bewegung betrifft, ne? Ah! Gut, ja, irgendwann war Feierabend. Wollen wir fast klar. 98! Ich will's da haben! Karabine 98 kurz! Oh, das war mal gut. Jetzt haben wir ein paar weggenatzt. Ich... Ich in der Vorteilsposition. Ich! Der snapt immer noch hier. Oh! Ganz unauffällige Position. Das ist ja der Wald von lauter Bäumen wieder nicht. Lach Munition. Okay. Ziel wird eingenommen, ne? Hä? Der shit weiter war selber auf. Okay. Das ist doch, glaube ich, Level Up wieder dran, ne? Ich weiß, es wurde nicht befohlen. Charlie. Charlie. Die halbe Schlacht ist geschlagen. Weiter so. Oh, der war gut. Nein! Die sind so nah, dass sie schon wieder so fern sind. Leck! Tim Kills. Der hat mich gesehen. Manchmal hilfst du stillhalten. Boah! Alter, wie lange hat der jetzt gewartet? Oh, der hat mich gedreht, aber der hat meine fucking Beine gesehen. Buh, jetzt nabge ich aber gerade ab. Ey, ist schön. Komm, ich will nach C. Das ist eine schöne Idee. Oh, ich bin jetzt ganz alleine im Squad. Hä? Mit diesem alleine Squad, oder was? Ja, warum darf ich da nicht spawnen? Dann gehe ich nach E. Wir haben Zielberta unter Kontrolle gebracht. Das ist ja auch so, wenn ich hier schießen wollte. Oh, oh, oh. Ich stehe auch sehr offen, ne? Das ist schon nicht so gesund. Die Zielberta ist in Feindeshandel. Sehr schön. Das war halt nur Lack, dass ich keinen auf den Kopf geschossen habe. Boah, Alter, die sehen einen einfach so, ey. Das ist doch gnadenlos. Mann, das ist ja eine MP. Ja, ich bin ja MP40 Meisterschaft. Scheiße, ey. Ich habe ja doch, glaube ich, die Tommy Gun auch freigeschaltet mittlerweile, ne? Konzentriert euch. Ziel Cäsar ist verloren. Nur mal so testweise. Ne, die hier. Ne, die habe ich noch nicht falsch geschaltet. Lange nicht. Was hätte ich denn freigeschaltet? Gute Arbeit. Ziel Anton eingenommen. Das Ross ist das Beste, was wir haben momentan. Aha! Kleiner Panzer, ne? Das ist besser. Manchmal muss es einfach Panzer sein. Boah. Knall, knall. Juhu. Was ist jetzt los hier? Hier oben hat noch nichts. Haus aufgeräumt. Da sind ja einige. Mich sprengen sie jetzt wahrscheinlich. 20 Leute. 20 Panzer hier und mich sprengen sie. Ziel Anton ist verloren. Wir haben Ziel Gustav eingenommen. Gute Arbeit. Wir haben Ziel Friedrich übernommen. Fried, 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 Friedrich ist unser Ziel. Wir sind auf jeden Fall noch Gegner. Wir sind auf jeden Fall noch Gegner. Und das nicht wenig. Und das sind drei Stück oder so. Aber wo? Aber wo? Deckung. Und da war einer dran. Joll. Das ist sowieso ein Verpanzer. Bei einem Turm. Du kannst doch nur ganz alleine drin sitzen. Keinen zweiten Mann. Lass mal deinen Auspuff. Check den mal. Okay. Nee, ernsthaft? Dreier Schaden? Hast du nicht gesehen, dass er noch im Panzer stand? Kann das sein? Er hat sich um den anderen gekümmert. Wie selten passiert mir sowas? Dass ich nicht im Fokus stehe für alle. Ich weiß, ich sollte O-Bahn fahren. Weiß ich, wo der ist. Bitte, helft mir. Wir haben Zielfriedrich an den Feind verloren. Was ist das denn? In sich hineingefallen. Ey, was? Das überlebt er? Oh, Tiger. Da habe ich keine Schnitte. Eine Pia tötet mich. Nicht der Tiger? Witzig, witzig. Okay, wo könnten wir hier ziehen denn? E. Alter. Da hat man nur noch Flöten auf den Ohren. Habe ich die doch erschossen? Nein, ich habe genau da in dem Moment abgedrückt. Acht Sekunden einfach mal Strafe. Komm, wir nehmen doch mal den Panzer. Finde mir besser. Wo ist er jetzt nicht, wo er hin will, oder? Wie kann das sein, dass ich ein eigenes Squad-Off-Eimer bin? Greif die an! Greif die an! Tim! Ich selber! Ich glaube, das wird die Aufgabe schon gelöst, dann mit den MP-Punkten. Ah, ich habe die MP nicht genommen, ne? Das ist ja doofe. Na, werden wir gleich sehen. Relativ cool, mit dem Panzer hier zu stehen. Doppelgewirr sein. Keine Panzi, der macht heute Punkte. Okay. Boah, ist da ein Krach, wenn man hier rumfährt, ne? Boah, man, die hat eine geile Aussicht, ey. Ich kann die Entfernung noch nicht so gut einschätzen. Verschnippt. Oh, dann dürfte er mich nicht mehr sehen. Ha! Halunki. Da leidet nur einer. Na, haut er ab. Boah, Turm dreht sich ganz lahm. Alles im Arsch hier. Irre, ey. Was für Effekte, ne? Ja, Schnitte. Walter, was für Damage macht die Piat von denen? Unglaublich, ey. Mitten drin stand nur dabei. Scheiße. Scheiße. Das ist ein Panzergegnerischer. Mist. Panzer nähert sich. Wir haben die Dauer verloren. Und noch einer. Da sind zwei. Na super. Jetzt verlieren wir mal erstmal alle Ziele hier. Oh, was war das denn? Oh man, geht das nicht mehr her! Gute Arbeit. Da muss ich was gucken. Belebe in Feuersturm drei Kameraden wieder. Durchbriche in Feuersturm die Panzerung eines Gegners. Schaffe es in Feuersturm unter die letzten acht. Verursache fünf MP. Okay, das ist das, was wir machen müssen. Oh, was brauche ich denn? Ich habe nicht drauf geachtet. Wie dumm. Mein Gott. Ich bin nur eine Sekunde erst da am stehen. Ah, ist doch krank. Als ob die schon in der Richtung zielen würden, wo du spawnst. Mein Gott, nee. Aber die Runde geht zur Neige. Das ist ein Geräusch. Die Runde ist relativ billig, ne? So, wir brauchen viel mehr MP-Schaden. Das sah jetzt so aus, ne? E wird eingenommen. Boah, das ist ausgeglichen gerade wieder, ey. Heftig. Und von dir können sie kommen. Noch gar nicht für dich. Bing. Blöder. Boah, wieder zwei Stück sogar. Ich soll eine halbe Stunde warten. Gib mir selber Befehle. Das ist ja dämlich. Gut. Ich stehe da eh wieder am Panzer. Der steht wieder von alleine auf. Können wir ihn retten. Dann lässt sich sterben. Oh, ganz offen hier. Werfe Granate! Die Punkte, wir brauchen die Punkte, Mann. Der Krapf im Bein, ey. Ah. Wir brauchen jetzt ringt einen Nachschubbehälterabwurf. Geschafft. Wir haben Ziel-Dora eingenommen. Jetzt noch in den Pansi rein, dann bin ich safe. Ha, den Pansi gemessert. Oh, so safe. Ah, wollte ich gerade reanimieren. Alter, wieder 15 Leute und ich werde wieder beschossen. Das ist so unglaublich. Lieber Boberta. Sieben Tickets haben die Gegner noch. Oh, was macht er hier? Ein Nickerchen. Nicht, aber auf jeden Fall gut, das Feuer. Okay, das war eine furchtbare Runde. Obwohl die Sliper-Schüsse waren schöner. Aber warum hat sich mein Squad einfach komplett aufgelöst? Kann man... Wurde ich rausgekickt? Hab ich so oft gefragt. Oh, Punkte gemacht haben wir scheinbar. Ganz gut. Oh, das ist bald Stufe 19. Oh, das hat nicht viel gefehlt. Ich habe nicht viel Panzer. 10.000 Punkte. Immerhin. Damit waren wir. Schlappes Mittelfeld. Tides of War ist... In der nächsten Runde schaffen wir es. Was muss ich denn danach machen? Naja, ist ja, wenn wir lesen. Ich finde, die sieht so doof aus. Wieso? Sunny. Das ist schon viel, ne? Natürlich Inferno. Oh, jetzt geht es wieder in die Stadt. Jetzt geht wieder Rambazamba. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Was gibt's Soldat? Hallo. Wo ist denn hin? Oh, ich bin der Scrobleeder. Welches ist denn das nächste? Hä? Hab ich gar nicht gemacht. Das ist ja auch eins, oder? Oh, leck das. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Gute Arbeit. Wir haben viel Leben in der Arbeit. Ja, da, da. Oh. Ich komme nicht mehr rüber. Wie gemein. Hört auf, hier alles kaputt zu bauen. Ba, 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 ba. Oh, die wird. Ha, sah ja geil aus. Oh ja, ich will aber auch nicht. Da ist das ganze Land laufen. Die ist ja eindeutig safe. Wir kontrollieren jetzt genügend Ziele und den Ausgang dieser Schlacht zu bestimmen. Los, erobern wir das Ziel dort. Das war unser erster Verlust. Ist alle wohl. Ach, hier, scheiße, die Map ist das so. Die Granate ist unterwegs. Fliegt die denn überhaupt so weit? Ah, die Granate sogar was getroffen. Ich kann dir nicht helfen, komm. Ich muss aber. Biss doch hier von der Deckung. Toll. Oh Gott. Hört doch mal auf mit eurem blöden, blöden, blöden Nebel, man. Dein Zug wetten. Nee, hinter mir. Tot. Schön viel MP-Damage machen, dann haben wir die Sache auch erledigt. Schöne Überraschung. Der Regen sieht voll kacke aus. Oh, das Bild bestimmt total pixelig. Immer noch B. Und ich habe einen getötet. Na, wer soll einer Squad-Räder werden? Boah, ist das wieder unfair, ey. Ich muss dir deine Kippe machen. Ey, das ist... Ey, hundertstel Sekunden habe ich Zeit, nur zuzugucken, wie ich sterbe. Ach, jetzt kann ich keine Kippe machen. Danke. C wie Leder. Halt wie Kruppstahl. Ja, 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 nimm doch. Einfach mal random. So, dann wollen wir jetzt in D. Nein, warum leckt das denn auf einmal so? Das hat uns nicht so geleckt. Wer leckt denn so? Schon wieder. Was ich nicht habe recht, dann glaube ich nicht. Krass, den habe ich nicht mal gesehen. Niederhaltung? Ausfall. Warum habe ich so wenig Punkte? Ich will mehr Punkte machen, der Helm. Erste Hilfe! Greif zu! Boah. Heilung. Ich drücke immer Heilung, dann seht ihr mal, dass ich das Messer zuck. Vorsicht vor dem Panzer! Achso, der ist tot. Ja, super. Warte auf meinen Squad. Mann, der ist auf dem Nebel schon wieder hier. Er löst die Minen einfach mal aus, da. Tür zu. Was war das denn? Oh, cooler Hut. Scooby-Doo-Bee-Doo-Bee. Scooby-Doo-Bee-Doo-Bee. So, was haben wir noch? Bitte, Charlie. Sein Hin und Her, ne? Mehr ist das ja nicht. Ich werfe ne Granate. Aufpassen. Zeit mir vor. Verkleide ich das Ziel mit einer Gewalt. So, Strecke gefahren. Hier, du wirst dich um die Tod. Ich verschlitte. Nein, ich wollte nicht runter. Knie beugen. Also ausnahmsweise mal nicht abgemurkst. Wer denn? Was denn? Warum? Gold! Fucking Cheaters für eine Helle. Oh! Liegt direkt hinter mir. Wieso? Oh, was war wieder? Was kommt wieder? Einer von der verruhrten Seite, ey. Mein Gott, nee. So, jetzt ist die Bogenskippe dann nicht starrt. Oh, ich hab Tür gemacht. Ha! Vielleicht nicht ne Kippe anmach. Das müsst ihr mal nachmachen. Granate für sie. Geilfe nochmal. Kein an die Helm. Hier, erste Hilfe. Achtung, wir haben uns die Leermil verloren. Mach in die Hölle heiß. Jetzt bist du tot. Hier bekommt einer. Hau ab. Scheiß Nebel, Mann. Wem geht der noch auf den Sack? Warum verliere ich da? Zwei Stück, okay. Aber warum... Warum töd ich denn keinen? Ach, geht aber ekelhaft. Oh! Was? Wo kam der jetzt her? Und wie schnell die einen alle töten können. Das ist so Wahnsinn, ne? Tot, 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 tot. Und ich muss hier wieder 500 Mal treffen. Wir haben teilweise dieselben Waffen. Wirklich, wir haben dieselben verfickten Waffen. Also schön, erobert das Ziel dort. Also schön, na? Scheiß Glitterei, ja? Ja. Viel schön im Kanal. War viele Tickets noch. Und es kommt wieder einer von der Seite. Also ist das irgendwie geplant? Soll das so sein? Alter, ey! Da hat er so LE verloren. Aber es kann doch nicht wahr sein. Achtung, wir haben viel Bärter verloren. Aus und vorbei. Will aus der Hüfte schießen. Das ist noch eine Mission, ja? Da ist sogar ein Sanitäter, wenn du meinst, das Wort. Gut gemacht. Sehr nice-ig. Wo ist er? Irgendwann ein Schrott für den Typ. Der war doch gerade gar nicht da. Der war doch gar nicht da. Wie kann der plötzlich hinter mir sein? Das ist doch... Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es ist plötzlich wieder einer hinter einen. Das ist doch Wahnsinn. Man reißt sich den Arsch auf und am Ende kriegt man nur einen auf den Sack. Das werde ich nicht schaffen, ja. Da, wieder. Wieder dasselbe Prinzip. Und er hat wie viele Treffer abgekriegt? Hat er da mitgezählt? Spur mal zurück. Zähl mal. Und wie viele ich abgekriegt hab. Es kann gar nicht mehr angehen. Ehrlich. Entweder sind wirklich alles nur Hacker hier. Wirklich komplett durch die Bank weg. Sind 90% der Spieler Hacker. Oder ich bin der schlechteste Spieler. Seit es Computer gibt. Na ja, war ja jetzt... Ja, also das ist... Wir haben seines Überhands, oder? Aber ich... Zittert langsam vor Wut so ein bisschen. Das ist ja... Das ist ja krank. Die MP40 ist keine Schrottwaffe. Das ist mir schon klar. Hier sind wir. Bist du aufgepasst? Hier! Erste Hilfe für dich! Ich bin für dich da! Entschuldigung! Wir müssen mir helfen! Ich hab ne Granate für Sie! Fällt doch nicht einfach dem vorbei! Gute Arbeit! Danke! Ah, eigener. Ne, den hätte ich nur getroffen. Wir haben Ziel Anton verloren. Feist dich! Ich bin für neue Infizieren. Jetzt kommen wieder 20 Leute von links nach rechts gelaufen. Immer wenn ich hier bin. So, erfüllt mein verfuckten Befehl. Mein verfuckten Befehl. So, ich bleib jetzt entspannt. Da kommt wieder einer hinter mir gehüpft. Werd ich mit euch? Bing, bing! Genau, gut, dass du erinnerst. Oh, jetzt sind so viele hier, dass... Ziel Emil gehört jetzt uns! Jetzt erobern sie zurück. Nichts mit meinen Befehle füllen hier. Okay. Kriegst du sogar ne Heilung? Bleib mal beharrlich hier. Da. Lass mich ja liegen. Tut mir leid. Nebel. Sanitäter. Stufe 20, Alter! Eliminieren. In einer Runde 20 Gegner werden du... Was? Ah, der schießt von weit. Zielwärter ist ein Feindeshandel. Ich erober jetzt aber erstmal. Okay, noch ein Ding. Aua. Ich krieg einfach mal Munition, während es explodiert. Wir haben Zidora eingenommen. So, beharrlich bleiben. Lohnt sich manchmal. Dann wollen wir jetzt... Also schön, erobert das Ziel dort! Das weiße Haus! Was ist von der Mine? Dumm, dumm, dumm. Oh Gott. Was ist denn das hier? Dummer Rauch. Boah, der Sound. Mega. Mega. Der hat auf den Sack gekriegt. Oh. Alles eigene. B wird befohlen. Boah, ist das eine gute Station hier, ey. Oder Stellung. Quietsch, quietsch. Los, mein Befehl ist immer noch B. Aber hier sehe ich mir so ein... Geschütze so schrottig. Und jetzt ist das draußen scheinbar sehr hell. Vogel. Oh, komm, Flammenwerfer. Okay, das sieht gut aus. Dass mir hier keiner wegputzt. Aufpassen, Soldaten! Seht ihr? Oh, das ist eine gute Idee gewesen. Ich dachte, er wäre ein Flammenwerfer. Kokodal, wie kann der denn sowas ballern? Fast noch 300 Tickets, ey. Geil. Und ich habe schon fast so ein Bömskin fertig. Komm, stehe mal aus dem Wasser. Ich habe keinen Bock zu schwimmen. Nein! Ich habe damit, glaube ich, noch nie gekillt. Hä? Warte, bleib ich jetzt mal. Unglaublich. Sterbe ich da. Natürlich. Get skill, please. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Punkte, die kassiere ich nur ab. Monster lag. Ich wollte wieder Battlefront-Rolle machen. Ging ja nicht. Wir haben die Anton eingenommen. Baba. Ach, alle tot. Ticketmäßig sieht es Bombe aus gerade. Wahnsinn, ey. Erobert das Ziel dort. Wow. Man sieht ja euch nicht, ne? Wieso? Wir wollen ja immer den Truppführer nehmen hier, ne? Boah, boah, boah. Ey, ey, ey. Das kann doch nicht sein, Mann. Mein Gott, nee. Boah. Fretze dick, ey. Fretze richtig dick. Eine hundertste Sekunde bin ich da und werde erschossen. Boah. Ich hab'n Kill. Lag. Boah, ganz offener. D. Wink. Jetzt beruhige ich mich wieder. Sorry. Schöne Salve. Boah, das scheint ein dickes MG zu sein, ne? Was leckt das denn zu der Erbe? Boah, was ist denn das denn, Alter? Haben wir was eingenommen? Nein. Wir sind dabei, ey. Alter, was geht denn hier ab gerade? Der wird irgendwie verarschen? Der wird irgendwie verarschen. Richtig hin. Ah, was sind die Punkte, die brauche ich. Mit dem oberen Arsch angreifen sollen. Bam. Der hat mich jetzt geholt, ey. Der Halunke. Jawohl. Jawohl. Der Halunke hört jetzt von uns. Captain Timmy. Ich weiß nicht, ich mach's mal sicher selber. darf nicht inaktiv werden wo ist denn B ach, da wurde schon geholfen naja, das B ist das ätzendste Ziel hier, ehrlich oh, ich hab's geahnt ich hab das Brummen gehört und dann war's auf einmal weg ich hab damit noch nix gekillt, ey das ist ja der Plan heute wir brauchen ja nicht mehr so viele Punkte aber ich will auch am Hafen langlaufen ist immer so dumm was haben die denn für Waffen, Mann, ey ich schnall's nicht warum sterbe ich so schnell so, langsam muss ich aber meine Punkte zusammenkriegen ja, ich bin absolut nicht zu stoppen, das stimmt das heilt der erstmal da bequem den haben sie aber das war doch noch reanimiert, oder? ach, guck mal, auf dem Schiff sind die Ficker, ey in den Staub mit denen, ehrlich jetzt hab ich die Punkte zusammen, oder? dann gibt's jetzt mal so'n Böhm-Skin direkt auf B noch nicht zusammen, schade wie viel brauchen wir? Blödsinn 41.500 Ich öffne das Feuer! Dann fehlen die mir viele Punkte. So, wir haben noch Punkte, Punkte, Punkte. C, B. B wird krass umkämpft. Ich hab die Punkte zusammen. Werder ist jetzt keine, Alter. Nee, nicht ein Kill, ey. Wo kommt ihr denn auf einmal her, Mann? Toll, warum spawn ich denn da? Ich dachte, es wäre einer. Okay. Hm, Marina S, meine Frau, kocht. So, Befehl B. Das muss er mal versuchen, ne? Das ist natürlich nix. Ich wäre tot gewesen an seiner Stelle. Oh, ich hab sie noch gesehen beim Laufen. Das Mienchen. Boah. Boah. Habe ich denn Befehl gegeben? Ja. Hab keine Munition mehr. Stimmt gar nicht, ich hab gelogen. Ha, ein Kollege im Rücken ballern. Ich bin ein Mörder. Boah. Immer Rauch. Aber, ich bin halt ja alle an der Sicht. Gleich von der Seite. Okay. Hier noch irgendwas hergezaubert gleich. Oder 24 Tickets, lohnt sich ja gar nix mehr. Ah, ja, gut Punkte gemacht mit dem Squad, finde ich. Erste Hilfe, für dich. Ich bin für dich da. Hier, erste Hilfe. Ich versuch's mit einer Granate. Eine eigene Granate? Oh. Boah, was ne Heilung, ey. Zu viele Gegner. Rauchbeschuss wird dringend benötigt auf diese Position. Der dumme Rauch. Der ist an uns vorbeigelaufen. Wir nehmen mich. Untermisst euch. Wir haben Tidora erobert. Gott. Scheiße. Oh. Gar nicht erkannt. Der Kollege geht um die Ecke und er kommt auch von einem Fremden da raus. Mann. Schon wieder mit der Maus in den Ruf gedrückt. Die Ruf. Ich muss ja die Punkte aber jetzt echt dicke haben, ne. Was hatten wir als nächste Aufgabe denn? Durchbruch in den Feuersturm. Schaffe 8er in den Feuersturm. Da. 5000. Hab ich geschafft. Verursache in einem beliebigen Modus 2000 Schaden. Ich hab's nicht lesen können. 2000 Schaden schon wieder verursachen. Aber zwei Runden gewonnen, Leute. Und die waren beide ziemlich geil, die Runden, muss ich sagen. Warum folgen mir gerade so viele auf Twitch? Ich krieg ganz viele E-Mails, dass mir einer auf Twitch folgt. War mir Team Jod oder Anton? Bäm, Alter. Oh, nicht Bäm. Ungebämt. Zack, Alter. Geil. 20. Sanitierter Meisterschaft. Okay. Panzer. Gut gemacht. Gut gemacht. Und das nächste, was wir machen müssen, ist mit einer Schrotflitter. Nein. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. acterium. SCHR.